Verkehrsunfall auf dem Lokstädter Steindamm in Höhe-Sotthorff-Allee. Nach bisherigen Polizeierkenntnissen sind am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr zwei Pkw miteinander kollidiert. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Beide Fahrzeuge wurden stark im Frontbereich beschädigt. Zu der Unfallursache konnte die Polizei noch keine Auskunft geben. Laut Agenturangaben soll eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr geraten sein. Die Polizei ermittelt.